Chef, wieso hasst du Kaugummi so sehr? Oh, dafür habe ich gute Gründe. Chef? Äh. 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 W- Äh. Diese Kinder schwebten davon und nur eines kam bisher wieder runter. Wenn ich also ein Kind mit Kaugummi erwische, wird es den Rest seines Lebens in der Auszeitecke verbringen, wo ich es im Auge behalten kann. So wie der da? Ist meine Auszeit endlich vorbei? Ich bin 97. Nein, Paul. Ah. Was haben wir denn hier drüben? Oje, Chef wird mich mit Kaugummi erwischen. Äh. Hey, Chef, wie ist, wo ist, hi. Wieso warst du im Luftschacht? Ich, äh, hab nach dem Kaugummi-Kauer gesucht. Na dann, danke, Beth. Weitermachen. Ha. Puh. Nochmal gut gegangen. Das war eine knappe Kiste. Erzähl mir noch mehr vom Steak'n'Bake. Wenn ich da bin, werde ich eine Ofenkartoffel mit allem bestellen. Ja. Komm zu Mama. Oh. Oh. Was geht hier vor? Oh, oh. Was war das denn? Ich spüre eine Erschütterung in meinem wundervollen Haar. Ah. Wer war das? Ich muss es ihr beichten. Ihr sagen, dass ich es war. Sie wird es verstehen. Und auf unseren Hochzeiten werden wir von Herzen darüber lachen. Danach Kuchen. Hilfe. Hey, Mr. Böses Eichhörnchen. Bist du hier, um mir zu helfen? Entspann dich. Ist doch nur ein Stück Kaugummi. Kann ja nicht schwer sein, es rauszukriegen. Ah. Ah. Lashana. Was? Äh, ich bin diejenige, die... Ja? Äh, ich bin diejenige, die... ...dir den Kaugummi aus dem Haar holen wird. Danke dir. Und danach, Beth, werden wir herausfinden, wer mir das angetan hat. Und dann verraten wir es Chef. Denn Kaugummi-Kauer kommen ins Kaugummi-Verlies. Hab ich gehört. Kaugummi-Verlies? Ist ja gar nicht so schlimm. Der Drache war ja noch nicht hier. Ah. Hier liegt ein starker Kaugummi-Geruch in der Luft. Aha. Hab dich. Zu alt. Ich suche frischeres Zeug. Komm wieder zu mir zurück. Super Klebe-Kaugummi. Oh, halt. Chef hat uns Kaugummi in der Kita doch verboten. Aber er hat nichts über unseren Mund gesagt. Es ist meine Schuld. Deshalb muss ich Leschaner helfen. Gut, dass ich verschiedene Kaugummi-Entfernungsmethoden kenne. Die Bürsten-Methode. Au. Probieren wir es mit Eis. Dem Erzwein des Kaugummis. Und, funktioniert's? Nö. Ich hab noch ein paar andere Methoden auf Lager. Familienfoto kann ich vergessen. Schau mich an. Mein Haar ist ein fieser Klump. Bausgärtnussbutter, Eiscreme, Zitronensaft und Klebeband. Ich war mir echt sicher, dass die Kombi funktioniert. Oma wird so traurig sein. Das Einzige, was mich jetzt noch besser stimmen kann, ist herauszufinden, wer mir das Haar verklebt hat. Hallo? Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017